Wo waren Sie gestern Abend? Woher weiß er das? Setzen Sie sich! Wie heißen Sie überhaupt? Sie beschmäht Ihre Dienstbewerbsheit. Bekellen uns zu dieser Aktion, gesetzt zur Mitternacht des 24. Dezember. Einem Terroranschlag! Es gibt keine Gefahr. Ja, dann ist ja gut. Was wir brauchen, ist ein Geständnis. Das ist für mein Seminar. Sie nehmen es auf sich. Ach, Sie würden doch keine Bomben legen. Würden wir nicht.